Radio Getränkevertrieb von La Mimosas Ja hallo zusammen, hier sind wir wieder bei Radio Getränkevertrieb, Session Nummer 5. Am Mikrofon ist euer Uli. Hallo Uli. Ja und heute freue ich mich ganz besonders. Der Song, den ich euch heute mitgebracht habe, heißt In My Room und ist einer meiner absoluten Lieblingstitel auf der neuen Platte Unity in Diversity. Jep, das kauft wie Sau. Textlich besingt hier Andreas einen schönen kleinen Raum, in dem er machen kann, dass man die Blumen wachsen hört, die Sonne sieht, die Sterne sieht, den Mond, solange man in diesem schönen kleinen Raum ist. Ziemlich abgefahren. An dem Song finde ich total geil, dass Rainer am Bass und Chuck am Schlagzeug überhaupt nicht mitbekommen haben, als ich hier die beiden aufgenommen habe. Die haben sich nämlich noch warm gespielt, um dann mit den Aufnahmen beginnen zu können. Und als die mir dann signalisiert haben, so, jetzt sind wir cool, kann losgehen, habe ich einfach gesagt, Freunde, alles erledigt, alles im Kasten und genau den Take haben wir hier auch für die Produktion verwendet. Das war's für die Produktion. Ja, so viel mehr gibt es zu dem Song eigentlich auch gar nicht mehr zu erzählen. Vielleicht ist noch ganz witzig die Geschichte, wie der Song musikalisch entstanden ist. Jacques und ich haben uns einfach hier im Studio getroffen, haben ein bisschen rumgejampt, haben ein bisschen laufen lassen. Da ist uns das Thema eingefallen. Rainer hat da noch eine prima Bassspur drauf gemacht, Andreas noch einen Text draufgesetzt und fertig war der Song. Und dann wurde er einfach nur noch aufgenommen. Also ziemlich unspektakulär, aber so wie die meisten unserer Songs entstehen, einfach mal abjammen und mal losrocken. Ja, so viel mehr gibt es zu sehen. Ja, so viel mehr gibt es zu sehen. Ja, so viel mehr gibt es zu sehen. Ja guitar solo Ja, da habe ich mal schön die Les Paul geprüftigt bei dem Gitarren-Solo. Übrigens, die Gitarre hat auch einen Namen. Das hier ist meine allerliebste Gudrun. Ja, und wir kommen schon wieder zum Ende der heutigen Songvorstellung. Ich habe euch heute In My Room von unserem neuen Album Unity in Diversity mitgebracht. Ich hoffe, der Song gefällt euch und ihr macht fleißig Downloads von unserem gesamten Album. Hinterlasst uns einen Kommentar auf Facebook oder auf unserer Webpage www.lamimosas.de. Mir hat es wieder einen Riesenspaß gemacht. In der nächsten Session stelle ich euch den Song Alarm vor. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Lasst es euch gut gehen. Euer Uli. Tschüss, Uli. Let's have a life! Radio Getränke verdrängt. Von La Mimosas